Finnland hat Einzelheiten zum geplanten Bau eines Zauns an der Grenze zu Russland bekannt gegeben. Der Zaun soll 200 Kilometer lang sein und 400 Millionen Euro kosten. Hintergrund der Pläne ist der Krieg in der Ukraine und damit verbundene Sorgen um die Sicherheit in Finnland. Die Veränderung in der Sicherheitslage in Europa ist fundamental. Die Grenze zwischen Finnland und Russland hat immer vorbildlich funktioniert, aber unter diesen Umständen müssen wir unsere Vorkehrungen überdenken. Der neue Zaun soll vor allem Einwanderer abhalten, die illegal ins Land kommen wollen. Finnland hat die Sorge, dass Russland Flüchtlinge nutzen könnte, um politischen Druck auszuüben. Der kleine Zlingstücke wird die Sorge, dass Russland eine Bühne gesucht ist, um Spürland zu sehen. Der NiGerner wird die Sorge, auf dem die Sorge und die Niederscheinchen steigerlich begegnen. Die Sorge betächtet hat sich um die Krise, sondern eine der Wandmutter verbrechend in die Zeitung. Die Sorge betächtet hat sich um Arcene, um den Ausland zu verzogen und den Anerkennsteining berichten. Auf dem die Sorge, dass die Seine von der Sorge der› K figured zusammen mit der Kiste und an der Kiste sind schleichen. Untertitelung des ZDF, 2020